Wie wäre es, wenn Sie ein Bediengerät hätten, das außerhalb des Schaltschranks direkt an der Maschine montiert werden könnte, das gegen Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt wäre, das mit vertrauten Gästen wie bei Smartphones bedient werden könnte und dabei auch noch schick aussehen würde? Siemens hat das passende Gerät für Ihre Anwendung, sei es eine Maschine in einem Stallwerk, eine Bierabfüllanlage oder eine Montagelinie in der Automobilindustrie. Alle diese Anwendungen haben etwas gemeinsam. Man braucht dafür ein rumgeschütztes Gerät. Solche Geräte werden bei Siemens unter dem Begriff Pro geführt. Unsere Pro-Geräte haben ein robustes Aluminiumgehäuse, um den Vorgaben der IP65-Schutzart gerecht zu werden. Aber bei den Worten wie robust und geschützt stellt man sich normalerweise große und globige Geräte vor, die wenig mit einem attraktiven Design zu tun haben. Bei der Entwicklung unserer Pro-Geräte war das Design einer der wichtigen Punkte. Die Anforderungen wie schmaler Rahmen, durchgehende Glasfront und geringe Aufbautiefe konnten erfüllt werden und zeichnen unsere Geräte aus. Doch hinter der schönen Hülle steckt auch ein lastungsstarkes System. Bei den Pro-Geräten können Sie zwischen einem Panel PC oder einem Industriemonitor wählen, die mittels Basisadapter an einen Stammfuß oder einen Tragarm verschiedener Hersteller montiert werden können. Mit dem Industriemonitor ist ein Aufbau einer dezentralen Lösung möglich. Dabei kann der Monitor bis zu 30 Meter von einem IPC abgesetzt werden. Für eine zentrale Lösung haben Sie die Möglichkeit, einen Panel PC einzusetzen. Der ist lufterlos und kann passend für Ihre Applikation konfiguriert werden. Bei der Konzeption unserer Pro-Geräte haben wir auf die Servicefreundlichkeit geachtet. Durch die abnehmbare Serviceklappe ist der Zugang zu den Schnittstellen sind auch im montierten Zustand möglich. Der Verdrahtungsaufbau und Kosten werden durch einfachen Anschluss der Geräte mit Standardstecker verringert. Zum Beispiel für einen schnellen Abzug der Maschinendaten über USB kann optional eine externe USB-Schnittstelle für den Basisadapter bestellt werden. Natürlich auch in IP65-Schutzart. Die beste Hardware allein kann keine Maschine bedienen. Dazu braucht man eine Soft-SPS und die passende Visualisierung. Mit der Multitoch-Funktionalität der Geräte und der Visualisierungssoftware WinCC kann ein innovatives Bedingtkonzept realisiert werden. Bedingtgäste wie zum Beispiel zoomen oder scrollen lassen sich auch in Heimschuhe einfach auf der krassfesten Glasfront ausführen. Unsere Pro-Geräte vereinen eine leistungsstarke Hardware und ein schlankes und modernes Design in einem Gerät. Überzeugen Sie sich selbst und verleihen Sie Ihren Maschinen ein innovatives Gesicht in IP65-Schutzart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017